so hallo und herzlich willkommen zur ersten folge von ja kommt gleich microsoft studios und von dem natürlich von dem spiel natürlich nicht es gibt kein spiel und android engine heißt sea of thebes ich hab's übrigens auch mal geholt weiss abenteuer wird angenommen falsch ich spiele es über px10 nicht über die xbox keine xbox ich habe mir den xbox game passte gestern geholt darum konnte ich es mir jetzt holen wir spielen einzenspieler es hat nämlich leider keiner mehr das spiel mit dem 1 gehen das auch mal das feinste ist in der Tat sorry Sorry Die Goldstabler zusammen, da sucht sie und ne ganze Schiffe zu tun mit ihrer Hand Leute schlafen Diese Let's Play-Folge ist wahrscheinlich letztlich großartig geworden Der Film beginnt Wer da ein Charakter für dein Abenteuer aus? Auf dein Was? Wer der Geist wird So, mit allen Waffen Was? Piratenlegenden Was? Kannst du das aussehen? Deines Gewaltcharakters mit Kleidung, Frisuren, Bärten, Augenklappen, Haken, Holzbein ausrüsten und Waffen verändern Alles klar Achso, ich hab Box So heiße ich übrigens Geht, geht Iiiiiiii, guck mal wie der aussieht Iiii Iiii Wenn dann den hier Ja, ich bin sicher Scheiße der einfach aus Ja, aber da reicht sowas Ich brauche keine clue, ich will eigentlich den Spieler Ja, das ist gut. Spricht mit den Schiffsratten in der Taverne, um über verschollene Händler zu verfahren, die einen weiteren Brechsturz in einen Läden erwirkt hat. Hast du in letzter Zeit den Bewohnern von Golden Sanks einen Besuch abgestattet? Offenbar kriegst du es im Paradies. Untersuche die Quellen des Skelettenschiffes. Hast du den Schneid, dich den Skelettenschiff zu stellen? Vorsicht! Vor verschwundenen Kanonenkugeln, die Crew folgen den Bannern bei den Außenposten und Standorte für Schiffsschlachten gegen die Knirchen-Eindringlinge. Mann, ich kann das alles gar nicht leben! Gib, gib, gib dich in Acht! Skelettenschiffe können ohne Vorwarnung aus dem X auftauchen! Stehe dein Pirat und schlage sie zurück! lass uns bitte mal losgehen, die Folge lesen, dieенная Flöcher und die Pfau. Ähm... Oh Ich lese das jetzt aber nicht vor. Deine Träume erwartet. F 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 Oh mein Chef so das so steckt abgeben aufwachen ich kann mich mit diesem spiel überhaupt nicht aus ich habe mich mit einem Nein. Ich kann leider auch kein Englisch. Kann ich irgendwie gucken, was ich machen soll? Ja, ich muss hier rumsegeln und dann dahin. Alles klar. Also warte mal. Ich bin da so rum und dann dahinten. Ah, hier geht's runter. Dann habe ich Kanonenkugeln. Ankerlichten! Warte mal. Wo ist das? Oh, neuer. Ah, hier Süden. Also erstmal ein bisschen... Wir müssen erstmal Richtung Süden. Wo sind wir gerade? Wir müssen erstmal Richtung Süden. Ja. Wir fahren. Ja. Achso. Achso. Wir müssen direkt an den Süden. Wir müssen direkt an den Süden. Wir müssen direkt an den Süden. Ja. Ja. Wir müssen in dem. genau einstellung grafischeinstellungen und Eww, eww. Das war's nochmal für diese erste Folge, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sag ich mal bis zur nächsten Folge. Tschüss Sikowski.